Kuriose Szene beim Montagabendspiel in der zweiten Liga zwischen Hertha und Aachen. Der Berliner Peter Niemeyer geht beim Rückwärtslaufen auf Tuchfühlung mit Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus. Die wundert sich kurz, nimmt die Kontaktaufnahme aber mit Humor. Was wollten Sie denn den Sitz der Karten überprüfen? Sie waren ein bisschen weiter weg, als ich gedacht habe. Ich wollte ihr eigentlich nur auf die Schulter klopfen. Der unfreiwillige Busenwischer blieb das einzige Highlight des Spiels. Die Partie endete 0 zu 0.